Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 6. Februar. Heute dabei Telegram Messenger, Apple Music, Broadcom und Qualcomm, Visa und Mastercard, Snapchat und Philips Hue. Beginnen tun wir mit Telegram, der Messenger, der als besonders sicher gilt. Der ist vor ein paar Tagen, für ein paar Tage aus dem App Store von Apple rausgeflogen. Ja, man hat sich gewundert, man wusste nicht warum und nun hat der Marketing-Chef von Apple, Phil Schiller, bekannt gegeben, worum es ging. Es ist keine schöne Sache, es ging um kinderpornografische Inhalte, die auf Telegram verteilt worden sind und das hängt wohl mit einem Drittanbieter-Plugin zusammen. Naja, jedenfalls hat Apple davon Wind bekommen, hat die App direkt rausgezogen und hat die Entwickler angewiesen, nachzubessern, was sie wohl getan haben und jetzt ist Telegram wieder im App Store verfügbar. Bleiben wir auch direkt bei Apple. Apple Music, die holen nämlich auf, auf Spotify. Mittlerweile haben sie mehr als 36 Millionen Abonnenten. Letzten September waren es noch knapp 30 Millionen. Ja, und damit sind sie schon knapp bei der Hälfte von Spotify angekommen. Die liegen bei 170 zahlenden Kunden, also 170 Millionen zahlenden Kunden logischerweise. Und insgesamt bei 140 Millionen Nutzern, denn es gibt ja auch noch den kostenfreien Bereich von Spotify, den man nutzen kann. Gleichzeitig wächst anscheinend Apple Music mit 5% im Monat und Spotify verliert 2%. Tja, irgendwann werden sie vielleicht aufeinander aufschließen, man weiß es nicht. Sie tauschen sich ja immer mit auch neuen Features aus. Ich persönlich halte ja sehr viel von Spotify schon alleine. Durch Spotify Connect ist das so flexibel, das möchte ich nicht mehr missen. Aber es bleibt spannend. Ich halte ein Auge da drauf. Wo ich auch ein Auge drauf halte, das ist eventuell der teuerste Tech-Deal aller Zeiten. Denn Broadcom will ja Qualcomm kaufen. Die hatten auch schon ein Angebot abgegeben. Qualcomm hat abgelehnt. Und jetzt wird nachgebessert und jetzt bieten sie 146 Milliarden US-Dollar. Qualcomm muss das jetzt erstmal prüfen. Dazu sind sie wahrscheinlich auch von der Börse verpflichtet. Und wenn das dann wirklich passieren sollte, dass Broadcom Qualcomm übernimmt, dann werden sie die Nummer 3 hinter Intel und Samsung im Chipmarkt. Spannende Sache. Wir werden euch natürlich hier im Geek Talk Daily dazu weiter informieren und auf dem Laufenden halten. Nächstes Thema. Visa und Mastercard. Die haben jetzt, ja, klammheimlich mehr oder weniger extra Gebühren für den Kauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen eingeführt. Wie das zustande kommt, ist eigentlich ganz interessant. Denn bislang haben Exchanges wie beispielsweise Coinbase, wo man Bitcoin kauft, Kreditkarten eingesetzt, damit es schnell geht. Denn eine Banküberweisung ist zwar günstiger, dauert aber und eventuell möchte man ja auch einen Kursgewinn schnell realisieren. Ja, und bislang wurde das einfach wie ein Kauf über die Kreditkarte abgewickelt. Jetzt hat aber Visa und Mastercard entschieden, nee, nee, das ist kein Kauf, sondern das wäre so etwas wie eine Bargeldabhebung und ist natürlich mit anderen Gebühren dann verbunden. Die wurden jetzt draufgeschlagen. Gleichzeitig, je nach Anbieter, den man hat, werden wohl Bargeldabholungen anders klassifiziert als Käufe in Sachen Zinsen auch. Also, dass man, also nicht Zinsen, dass man halt noch extra zusätzliche Gebühren hat, die man zahlen muss. Und somit wurde in einem Beispiel, was in dem Artikel, der in den Shownotes verlinkt ist, auch mal hochgerechnet, dass bei einem 5000 Dollar Investment oder einem Kauf von Bitcoins über Coinbase jetzt teilweise 500 Dollar an Gebühren und anderen Fees zu Buche schlagen würden. Und damit ist das natürlich nicht mehr, ja, das rechnet sich nicht mehr, es ist nicht mehr nutzbar und damit ist der Kauf via Kreditkarte in dem Moment eigentlich tot für praktisch so eine Exchange wie Coinbase. Tja, wir halten da mal ein Auge drauf. Neben Visa und Mastercard gibt es ja durchaus noch andere Kreditkartenfirmen, aber vielleicht einigen die sich auch einfach, das kann ja auch passieren. Nächstes Thema, Snapchat. Die haben jetzt zwei neue Features eingeführt. Mehr oder weniger auch klammheimlich. Einfach mal wieder so ausgerollt, nicht großartig bekannt gegeben wurde, dass man nun auch andere Snapshatter muten kann. Also man kann die auf Do Not Disperve setzen. Das heißt, man bekommt keine Notification mehr, wenn die Leute etwas snappen. Das kam vielleicht ganz praktisch rein. Und gleichzeitig bekommen ein paar Nutzer schon einen neuen Textmodus, wo man jetzt nicht noch mehr Classic und Big Text auswählen kann, sondern auch noch Glow, also so ein glühender Neoneffekt. Und Rainbow, wo der Text dann in Rainbow, also in Regenbogenfarben angezeigt wird. Das scheint diesmal eine Reaktion zu sein auf das Feature, was Instagram ja letztens erst vorgestellt hat, dass man jetzt auch einfach Text-Story-Inhalte machen kann bei Instagram-Stories. Und ja, da schließt jetzt Snapchat diesmal auf. Die kopieren nicht unbedingt direkt, aber doch, das sieht schon relativ interessant und ähnlich aus und geht in eine Richtung. Spannend. Ich habe das Feature noch nicht. Witzigerweise ist bei mir gerade der Fall, dass Snapchat zwischen dem neuen Snapchat und dem alten Snapchat wechselt, also das User-Interface. Und ja, irgendwie passiert da gerade sehr viel. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und zu guter Letzt einfach nochmal ein Service-Hinweis. Philips Hue, wenn ihr die Philips Hue im Einsatz habt, dann gibt es ein Firmware-Update für die alten und für die neuen Bridges. Die sollen Verbesserungen bringen, auch gerade mit Apple HomeKit und generell ist natürlich ein Update immer zu empfehlen, wenn der Hersteller es rausbringt. Hängt ja auch öfters mit der Sicherheit zusammen. Deswegen schaut es euch an. Über die App könnt ihr dann eure Bridge aktualisieren. Ja, und das war es auch für heute schon. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Gestern habe ich ja der Martin netterweise vertreten. Ich freue mich auf jeden Fall für den Rest der Woche, euch mit News zu versorgen und sage bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.